Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hallo ihr Lieben! Oh, es fühlt sich echt gut an, wieder ein Video zu machen. Ich habe ja schon lange auch keins mehr gemacht. Ja, ihr Lieben, ich möchte mich in allererster Linie natürlich ganz, 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 ganz doll bei euch bedanken für euer Feedback, für eure Genesungswünsche. Ich kann euch sagen, ich bin so angesudelt. Für mich ist es wirklich so, dass, ja, dass ich merke, ich will so viel machen. Ich würde so gern so viel tun und mein Körper macht mir da einfach im Moment einen Strich durch die Rechnung. Viele, viele von euch, die mir schon ganz lange folgen, haben das mitbekommen. Ich habe 2022 die erste Corona-Infektion gehabt, kurz vor der Hochzeit von meinem Vater. 2023 die zweite und jetzt nach dem Urlaub die dritte Corona-Infektion. Und als ich 2022 hatte, hat es angefangen, dass ich ganz, ganz schlimm Haarausfall bekommen habe. Ich habe das überhaupt nicht in Zusammenhang mit Corona gebracht und habe aber seit dieser Corona-Infektion ganz massive Probleme mit meinem Eisenwert. Das heißt, mein Eisenwert und mein Eisenspeicherwert fällt immer so rapide ab, dass es einfach überhaupt gar keine Erklärung dafür gibt. Also es ist jetzt nichts körperlich verändert gewesen, sodass man sagen kann, okay, der Eisenwert, es hat eine bestimmte Bedeutung, die Menstruation ist mehr geworden oder ähnliches. Überhaupt gar nicht. Ja, es ist so, dass es eben, dass ich abrupt keine Kraft mehr habe, abrupt keine Luft mehr bekommen und dann immer der Eisenwert ganz, ganz niedrig ist. Und die untere Grenze bei einer Frau ist zwölf und mein Eisenwert war schon bei sieben. Und es ist wirklich so, dass ich aktuell bitter, bitterbös damit zu kämpfen habe. Ich habe das letzte Woche schon gemerkt. Ich habe gemerkt, dass mir auf einmal alles zu viel geworden ist und ich morgens aufgewacht bin. Und Chris fragte schon so, was ist mit dir los? Und ich habe gesagt, ich habe auf nichts mehr Bock. Ich will alles hinwerfen. Ich kann das alles nicht mehr. Es ist mir alles zu viel. Und auf einmal stehe ich vor so einem Riesenberg, wo ich so denke, was habe ich mir da eigentlich alles aufgehalst? Und denke so, das kann doch nicht sein. Ich habe gestern doch so noch gar nicht gedacht. Also ich falle dann wirklich in so ein ganz, ganz, ganz massives, depressives Loch und komme dann da auch überhaupt nicht mehr raus. Will dann alles hinwerfen und denke dann immer, mein Gott, ja, ich kann das alles nicht. Das ist mir alles zu viel und zu viel Augenmerk auch auf meine Persönlichkeit. Aber im nächsten Moment dann wieder wird mir auch wieder bewusst, was ich für eine Verantwortung habe. Und wenn ich dann aus diesem Loch rauskomme, dann geht das wieder. Und ich habe eben jetzt gelesen, dass das ganz oft durch diesen Eisenmangel hervorgerufen wird. Man kann sich das auch gar nicht vorstellen. Also ich habe immer gedacht so, wenn man keine Kraft hat, gut, dann hat man keine Kraft. Aber bei mir ist es wirklich so, dass mir die Augen im Sitzen zufallen. Ich meinen ganzen Alltag danach richten muss, dass ich mich mittags zwei Stunden hinlegen kann oder eine Stunde zumindest hinlegen kann. Das hat eigentlich bisher immer gereicht. Ich kriege es nicht mehr hin, über einen Tag wach zu bleiben. Und ich habe letzte Woche eben schon gemerkt, dass es mir nicht so gut ging. Also vorletzte Woche. Und letzte Woche habe ich dann zu meinem Chef gesagt, ob ich mir den Dienstag freinehmen könnte, um einfach mal auszuruhen. Und habe dann an dem Dienstag wirklich 15 Stunden geschlafen. Also es war wirklich richtig heftig. Und da habe ich gemerkt, okay Svenja, du musst jetzt erstmal wieder kürzer treten, wieder alles absagen. Für mich ist das eine ganz, ganz schwierige Situation. Und dann kam eben das noch hinzu, was ich euch jetzt hier fröhlich verkünden werde. Aber es ist etwas, es ist etwas so Wundervolles. Es ist wirklich so, so, so wunderbar. Aber ich merke auch, dass mich an diesem Tag, wo mich diese Nachricht ereilt hat, dass mich das kolossal überfordert hat. Und wo ich so gedacht habe, oh mein Gott, wo soll das eigentlich noch alles hinführen? Wir haben bei uns im Erbacher Kreis, also im Odenwaldkreis, haben wir jemanden, der fürs Ehrenamt zuständig ist. Und wir waren ja ganz, ganz viel unterwegs, da Werner und ich, zwecks der Förderung etc. Und wir haben ja den Aktion Mensch Antrag gestellt. Viele haben gedacht, das liegt am, also das ist der Aktion Mensch Antrag, der da zurückgekommen wäre. Das hätte ich, glaube ich, direkt verkünden dürfen. Das ist leider nicht so gewesen. Das wäre natürlich die 100%. Aber nichtsdestotrotz ist das, was ich euch jetzt sagen werde, auch genauso wertvoll. Ich habe einen Link bekommen, um mich zu bewerben. mit dem Verein für ein Stipendium. Und zwar, das Stipendium ist für die Wirtschaft zuständig und wird gefördert von den Hauptförderern von der Allianz, von Amazon, von der Deutschen Bank, von SAP, von ProSieben und Sat.1 und von McKinsey. Und es werden bundesweit 100 Stipendien vergeben, hessenweit sechs Stipendien vergeben. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben vor zwei Wochen etwa gesagt bekommen, dass wir dieses Stipendium bekommen haben, weil sie unsere Arbeit so hervorragend finden. Das heißt, wir sind jetzt, wir haben jetzt vier Monate kostenlose Profis, die aus der Wirtschaft kommen, eben von diesen ganz, ganz großen Betrieben, die also sich sehr, sehr gut auskennen in der Marketingbranche, darum, wie man den Verein weiter fördern kann, so dass er bundesweit tätig werden kann. Und dafür bekommen wir eine kostenlose Beratung und haben dieses Beratungsstipendium gewonnen. Für uns ist das ganz, ganz, ganz viel wert. Wir werden nach Frankfurt reisen, nach Berlin reisen. Wir werden ganz, ganz viele Dinge mitmachen müssen. Wir müssen am Ende auch einen Abschlussbericht erstellen. Und Schirmherr der ganzen Aktionen ist Olaf Scholz, also der Bundeskanzler, der am Ende auch einen Sonderpreis vergeben wird. Wir sind natürlich überhaupt nicht scharf auf diesen Sonderpreis. Oder auch, es wird einen Sonderpreis verliehen und 25 Initiativen werden geehrt von dem Herr Olaf Scholz. Aber uns geht es einfach darum, dass wir noch viel mehr machen können, dass wir es schaffen können, uns auch zu strukturieren. Wir haben von drei tollen Jurymitgliedern bereits Informationen bekommen, an was sie mit uns arbeiten möchten. Und ja, das geht einfach darum, dass wir das, was wir vorhaben, nämlich die Beratungsstelle, wir haben uns mit der Beratungsstelle von Betroffene für Betroffene beworben und haben damit auch gewonnen. Und sie werden alles tun, um uns da zu unterstützen, dass wir diese Beratungsstelle von Betroffene für Betroffene ja, ins Leben rufen können. Ich bete dafür, dass es funktioniert, aber auf der anderen Seite bin ich auch ganz, ganz, ganz ehrlich, habe ich unwahrscheinliche Angst vor dieser Verantwortung. Ihr fragt jetzt sicher, ja, warum kommt es jetzt erst? Du hast doch schon die ganze Zeit darüber nachgedacht und das ist schon alles in der Mache gewesen. Das ist richtig, aber irgendwie ist es doch ein anderer Punkt, wenn du etwas in der Vorbereitung machst, wenn du was mit deinem Team zusammen machst, als wenn du letztendlich dann merkst, okay, es fruchtet und es ist wirklich so weit, dass es jetzt final weitergeht. Und das hat dadurch, dass natürlich auch so viele Anfragen gerade von Medien kommen, es ist unwahrscheinlich viel los. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was hier los ist, was ich bereits abgesagt habe, was ich jetzt auch noch zugesagt habe, was noch kommen wird, was so auf die Monate verteilt ist. Dazu kommt ja diese ganzen Eindrücke von der Polizei, ja, diese Vorträge, Menschen, die du neu kennenlernst, dann immer wieder diese Feedbacks, die ja durchweg positiv sind, die Seminare beim Arbeitsamt. Also es sind ja so viele Dinge, wo man einfach so krass viel erlebt, wo die Psyche so unwahrscheinlich viel verarbeiten muss. Und das kommt einfach noch dazu. Viele sagen, ja, mach mal weniger, mach langsamer. Also ich nehme mir schon ganz, 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 ganz viele Auszeiten. Und ich fühle mich auch psychisch gar nicht gestresst in irgendeiner Form. Aber mein Körper schafft es einfach nicht, das Ganze zu regulieren und auch nicht richtig zu verarbeiten. Und ich merke auch, wenn ich dann, wie diesen Tag, wo ich diese Nachricht von dem Stipendium bekommen habe, wo ich dann geschrieben habe, ich bin im Wald mit der Candy, ich hätte das gar nicht anders geschafft, als in den Wald zu gehen und einfach diese toten Stille zu genießen, weil es mir alles zu viel wurde. Und das ist ein Punkt, an dem ich gerade auch so ein bisschen zu hadern habe. Und ich möchte da sehr ehrlich mit euch sein. Ich habe das die ganzen vier Jahre lang gemacht, immer wieder mit diesem Aspekt, ich gebe alles für dieses Thema, für die Aufklärung, für die Frauen, die betroffen sind, für die Männer, die betroffen sind, für die Kinder, die betroffen sind. Und ich merke aber langsam, dass mein Körper sich gegen dieses Thema streut. Es war schon im Urlaub, dass ich gemerkt habe, diese drei Wochen, wo ich komplett runtergefahren bin, ich wollte einfach mal nichts von Narzissmus hören, und ich wollte einfach mal nichts von häuslicher Gewalt hören. Ich wollte gar nichts hören. Und jetzt, wo wir wieder zurück sind, habe ich mich so gefreut, dann wieder damit anzufangen. Aber ich habe gemerkt, immer, wenn ich mich mit diesem Thema auch auseinandersetze, merke ich, dass es auf meinen Körper im Moment geht. Ich kann nicht sagen, ob es nur an dieser Corona-Erkrankung liegt, an diesem Eisenmangel liegt. Natürlich ist das Thema auch ein schwerwiegendes Thema. Wir reden hier nicht von irgendeiner Gartenarbeit oder wir reden auch nicht von irgendeinem Hobby, sondern wir reden von einem ganz schwerlastigen Thema, wo ich ja selber auch schlimme Dinge erlebt habe und auch merke, dass es mir nicht mehr so leicht von der Hand geht und dass ich da auch auf jeden Fall langsam machen muss und zurückfahren muss, um zu gucken, dass ich alles, obwohl ich wirklich das Gefühl habe, dass ich mir ganz viel Zeit zum Regenerieren gebe, dass ich merke, dass einfach dieses Thema an sich natürlich auch so an den Kräften zehrt. Und ihr habt mir das alle immer gesagt und ich habe das auch wahrgenommen, aber ich habe es nicht so empfunden, bis zu den letzten paar Wochen, wo ich merke, okay, ich genieße eigentlich auch mal die Zeit ohne dieses Thema. Und ich bin einfach am überlegen, wie das weitergehen soll, ob ich, ja, wenn ich das beruflich mache, wird es natürlich noch mal ganz anders strukturiert sein, weil dann geht es nicht mal nur um die Aufklärung, sondern es geht auch um viele Strukturen, die wir ja im Verein gemacht werden müssen. Also das heißt, das Augenmerk liegt nicht mal mehr nur so auf der Aufklärung, sondern liegt eben auch in diesem Management des Ganzen. Und da versuche ich mich so ein bisschen darauf zu fokussieren. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir Hilfe brauchen. Wir sind jetzt im Moment ein Team von zwei, vier, sechs, acht Leuten. Wir schaffen das nicht zu acht, dieses Pensum zu halten. Das ist überhaupt nicht möglich, weil alle es ehrenamtlich machen, inklusive mir seit Mai wieder. Es geht nicht. Wir brauchen eure Hilfe. Wenn ihr bereit seid, uns zu helfen und wirklich sagt, ja, ich stehe dahinter, ich möchte euch helfen, dass wir dieses Stipendium so nutzen können, dass wir letztendlich es schaffen, ganz, ganz viel darauf aufzubauen, um noch mehr Menschen helfen zu können, dann würde ich euch bitten, euch einfach bei mir zu melden. Ich würde mich ganz, ganz, ganz doll freuen. Ich kann nur sagen, wir werden es mit dieser Anzahl Menschen nicht schaffen. Wir brauchen euch wirklich. Und ich verstehe, wenn ihr sagt, vielleicht das Thema ist euch zu schwerlastig, dann ist es kein Problem. Dann kriegen wir bestimmt auch ganz, ganz viele andere Dinge, die im Verein gemacht werden müssen, ohne dass ihr ganz dieses Thema von allen Seiten beleuchten müsst. Also da macht ihr euch bitte, bitte gar keinen Kopf. Wir versuchen, und das wissen auch alle anderen, die mit uns arbeiten, die letzten Jahre, dass wir immer probieren, dass wir es jedem Einzelnen gerecht machen. Das ist so das Wichtigste. Ich werde euch hier unten drunter direkt verlinken, dass wir das Stipendium bekommen haben von Start Social. Ihr könnt euch das alles in Ruhe angucken. Ansonsten habe ich ja gesagt, nehme ich mich zurück. Ich lasse mir nicht nehmen, jeden Abend die Sprüche zu posten, weil mir das einfach wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, ich schicke euch in den Abend, wenn es euch schlecht geht, zumindest mit Sprüchen, die euch helfen, die euch aufmuntern, die euch aber auch Kraft geben, die euch aber auch die Augen öffnen. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Das ist ein Ritual, was sich so bei mir eingebürgert hat, dass um 19.29 Uhr eigentlich schon so mein innerer Instinkt sagt, du musst jetzt mal. Und ich werde auch einen Weg finden, weiterzumachen. Ich werde vielleicht von diesem Stipendium noch viel mehr lernen, besser auf mich selber aufzupassen, noch besser die Aufgaben zu verteilen, abzugeben, was auch immer. Ich werde sehen, wo mich der Weg hinführt und werde mir jetzt auf jeden Fall diese Woche noch Auszeit nehmen. Es ist dann so, dass es zum Tag gegen Gewalt an Frauen kommt. Und ihr wisst, ich bin dann wieder ganz, ganz viel unterwegs. Es sind schon jetzt so viele Anfragen da. Es wird noch ganz, ganz viel kommen. Und ich bin ja auch unendlich dankbar, dass das Ganze in den Medien ist und dass die Menschen darüber anfangen zu sprechen. Aber es ist einfach auch so, dass ich mir das niemals im Leben hätte geträumt, dass ich mal so weit komme und dass man auch damit erst mal umgehen lernen muss. Es ist nichts, wo man sagen kann, ja cool, mich erkennen jetzt die Leute auf der Straße. Meine Tochter wird draußen angesprochen. Du bist doch die Tochter von der Svenja. Das sind alles Dinge. Damit muss man auch erst mal umgehen lernen. Und auch wenn man ganz, ganz viel Lob von außen bekommt, ist es etwas, das macht was mit einem. Das macht was mit den Emotionen. Und es ist ja auch so, dass es einen gewissen Druck aufbaut, was ja auch gesund ist. Weil man denkt, okay, man kann den Leuten was vermitteln. Ich möchte das ganz, ganz vielen Menschen vermitteln, damit die Betroffenen die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht, die sie verdient haben. Und wo es nötig ist, dass man da genauer hinschaut. Und ich werde alles, was in meiner Macht steht, tun, um gesund zu werden, um weiter an mir zu arbeiten, um zu gucken, dass ich mein Leistungspensum für mich selber auch nach unten schraube, um einfach diese Arbeit noch ganz, 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 ganz lange Zeit machen zu können. Ja, und um das Ziel, wo wir kurz davor stehen, jetzt letztendlich auch mit meinem wundervollen Team, ich muss es immer wieder sagen, ohne diese wunderbaren Menschen würde das nicht gehen, mit denen wir das verwirklichen möchten. Und dass die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, diese vielen Arbeitstage in diesen Antrag auch, dass das alles nicht umsonst war. Und ja, das ist das, was ich euch heute sagen möchte. Wie gesagt, wir haben ein Stipendium gewonnen, wo es um die Wirtschaft geht, wo Olaf Scholz der Schirmherr ist und wo es letztendlich dann auch darum geht, dass wir unseren Traum von der Beratungsstelle von Betroffene für Betroffene erfüllen können. Und ich bete, dass ich euch in vier Monaten hier sagen kann, was wir alles gemeinsam geschafft haben. Ich hoffe, dass ganz viele von euch dabei sein werden. Und ja, ich freue mich einfach ganz, ganz doll auf euch. So, jetzt habe ich 16 Minuten gebabbelt. Jetzt ziehe ich mich wieder zurück. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Und ich denke, dass ich die nächsten Wochen dann auch wieder mehr aktiv sein werde. Ich drücke euch ganz, 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 ganz tolle. Eure Svenja.